Das ist das innere Bein mit so hin- und herwacken. Der äußere Zügel hält die Verbindung. Am inneren Zügel immer wieder zum Lösen kommen. Sitzen, rein. Noch beim Links vor dem Stell. Das innere Gesäß noch zum inneren Bein. Aber nicht schon wieder das innere Bein an den Hurt, sondern immer schön ein bisschen weiter zurücknehmen. Innen vorbei landieren. Vorrausschauen. Hirn einschalten. Jawoll. Mitdrehen. Das äußere Bein auch hinten lassen. Also nicht nach vorne. So, vorbereiten wir den Übergang zum Rad oder vom Aufatmen. Und das war wohl eher letztlich.